Musik Matthias Wahn Hi, ich bin Lasse Böckmann, 17 Jahre alt und mittelböcker und spiele das erste Jahr hier bei Blauweiß-Abel. Musik Hi, ich bin Tobias Böckmann, 23 Jahre alt und ausnahmereichlich seit vier Jahren bei Blauweiß-Abel. Musik Hi, mein Name ist Daniel Ramp, ich bin 30 Jahre alt, spiele hier im Verein seit 2006 und das auf verschiedenen Positionen. Mal schauen, wie viele Jahre hier noch dazukommen. Mein Name ist Marc Brüder, ich bin 32 Jahre alt, meine Position ist Zuspieler als 2.0. Musik Marco Sportmann, Nummer 9, 34 Jahre alt, Kapitän und Co-Trainer bei Blauweiß-Abel seit 2002. Musik Matthias Böckmann, 32 Jahre alt und seit vier Jahren im Verein. Matthias Rusche, ich bin 27 Jahre alt, spiele in der dritten Saison bei Blauweiß-Abel auf der Diagonal Position. Moin, ich bin Joshua, ich bin 22 Jahre alt, spiele im Mittelblock und bin jetzt seit einem Jahr im Verein. Musik Ich bin Joshua, ich bin Joshua, ich bin 24 Jahre alt, spiele im Mittelblock und bin seit einem halben Jahr im Verein. Musik Johannes Vorwerk, 29 Jahre Universal im Verein seit 2008. Musik Musik Samuel Schleitzer, Jahre alt, im Büro und bin vor drei Wochen dazukommen zum Blauweiß-Abel. Musik Musik Arne Bleines, Ende 30, seit einigen Jahren. Ich bin seit 2009 bei Blauweiß-Abel zugespielt. Musik Hi, ich bin Julian Wannse, ich bin 29 Jahre alt, aus einem anderen Spieler und greife seit drei Jahren für Blauweiß-Abel an. Musik Carsten Blumann, 21 Jahre alt, in der dritten Saison an und sind natürlich 8 Jahre alt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020